Die Abstimmung hat stattgefunden. Leider ist die Reform nicht verabschiedet worden. Ich verstehe aber nicht warum, weil die Vorschau hat doch gesagt, dass das durchkommen müsste. Merkwürdig. Was ist da los? Hm. Hm. Was macht man denn da? Probieren wir es einfach nochmal. Ich könnte mir auch vorstellen, einfach nochmal zurückzugehen. Zu dem Punkt, bevor wir, ähm, bevor wir diese Reform auf den Weg gebracht haben, wo man dann noch irgendwas machen könnte. Aber jetzt haben wir so viel gemacht. Ich will jetzt eigentlich, obwohl wir haben ja noch nichts Gutes hingekriegt. Von daher, weißt du was, ich speichere mal ab. Wir können wieder zurückkommen. Und, ähm, genau. Dann schauen wir mal, ob wir das irgendwie in den Griff bekommen. Ich muss ja selbst noch ein bisschen rumprobieren. Also wenn sich hier jemand besser auskennt als ich, dann bitte ich um Mithilfe, weil ich hab ja noch viel zu lernen. Bin halt noch den zweiten und dritten Teil gewohnt. Und vielleicht hat sich da ja doch mehr geändert, als ich jetzt dem Spiel zugemutet hätte. Boah, mir wird auch ganz schön warm gerade. So, und jetzt wollte ich wieder zurückgehen zum ersten Speicherstand. Äh, das kann man von hier aus gar nicht machen. Äh, da müssen wir zurückgehen. Na gut, dann machen wir mal. Bin sicher, ja. Wir haben gespeichert. Wir können notfalls wieder zurückkommen an diesem Punkt. Aber ich würde gern schauen, was wir denn davor so gemacht haben. Und zwar... Hier könnten wir doch an den Punkt zurückgehen. Das war nämlich, während wir die Reform geplant haben. Nach den ersten Sachen, die wir da in der Richtung gemacht haben. Jo. Das dauert aber. Dafür sind die Zitate da, falls einem zu langweilig wird. So, das kennen wir jetzt alles soweit. Und, ähm... Dann würde ich sagen, wir waren mittendrin im... Reformplanen, genau. Hatten da die Leute auf unserer Seite. Was haben wir denn bis dahin gemacht? Die Grundbesitzsteuer, die Brandweinsteuer und die Weinsteuer. Äh. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns mit der... Mit der... Äh... Nach... Mit der Fiskalkontrolle da... Stimmen abhanden haben kommen lassen. Machen wir es einfach nochmal. Bis auf das eine. So. Okay, 57%. Das ist halt vielleicht auch einfach ein bisschen zu knapp. Um das so lassen zu können. Machen wir einfach nochmal alles bis auf die Fiskalkontrolle. Und vielleicht läuft es ja dann besser. Dann lassen wir auch erstmal die, ähm... Polizei-Sachen weg. Vielleicht haben die ja doch einen Einfluss gehabt auf... Diverse Entwicklungen hier in diesem Land. Vielleicht war es auch die, ähm... Vermögenssteuer, weil die ja auch doch einen ganz schönen Einfluss gehabt hatte. Dann lassen wir die erstmal weg. So, jetzt hier das noch. Dann haben wir doch eigentlich alles wieder. Bis auf die Vermögenssteuer. Ach genau, und die, ähm... Die Salz- und Fettsteuer. Ich meine, die hätte doch eigentlich einen guten... Eindruck hinterlassen. Zumindest konnte man da irgendwie alle überzeugen. Glaube ich zumindest. So. 56%. Okay. Lassen wir erstmal die Vermögenssteuer weg, weil da hatte ich irgendwie so ein ungutes Gefühl dabei, was die, äh... Resonanz angeht. Und ja, ich lasse jetzt erstmal weg, was mit dem Einladen. Ich will ja schnell an den Punkt kommen, wo wir stehen geblieben sind. Ja, die ganzen Nachrichten kennen wir schon. Das dauert leider ein bisschen, bis das geladen ist. So, und damit... Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt insgesamt gut oder schlecht ist, was wir hier machen. Ich meine, von der Resonanz der Bevölkerung her. So, das können wir wegklicken. Das haben wir schon gehört. Ja, das haben wir schon gehört, wie gesagt. Das haben wir schon gehört. 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 Und das haben wir schon gehört. So. Weiter geht's. Wir haben gerade erfahren, dass derzeit Auseinandersetzungen zwischen den Ordnungskräften und der ausländischen Gemeinde wüten. Laut Augenzeugenberichten vor Ort sei eine Verfolgungsjagd zwischen Polizisten und zwei jungen Mitgliedern der Gemeinde aus dem Ruder gelaufen. Die beiden Jugendlichen hätten ein Polizeifahrzeug gerammt, das sich ihnen im letzten Moment in den Weg gestellt hatte. Die beiden starben noch an der Unfallstelle. Aha. Okay. Jetzt ist schon wieder was passiert. Jetzt ist es sogar was Rassistisches. Äh, okay. Beim letzten Mal haben wir einen Tag nichts gemacht. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal das Kontrastprogramm und machen jetzt sofort was. Stellen Leute auf. Und gepanzerte Fahrzeuge. Und, äh, ja, treten wir am Fernsehen auf das volle Programm bis auf den Angriff. Den machen wir natürlich noch nicht. Und ich hoffe mal, dass ich das dadurch in den Griff bekommen lässt. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie so irgendwie gescriptet ist oder so. Ich meine, jetzt haben wir zumindest nichts mit der Polizei gemacht. In diesem Durchgang. Bin ich geneigt, das wiederzumachen. Einfach um, na, ein bisschen es eher in den Griff zu bekommen. Weil ich doch hoffe, dass das was bringt. Und, so, jetzt haben wir das hier. Genau, und dann wieder die Polizistenzahl erhöhen. Wieder auf eine runde Zahl. Nehmen wir mal die 300.000 wieder. Denn ich will doch öffentliche Ordnung haben. So, und jetzt ist halt die Frage, ob wir jetzt auch mal die Reform durchbringen. Die müsste wieder am gleichen Tag fertig sein. Denke ich mal. Genau, am 3.3. ist immer noch der gleiche Tag. Wie vorhin. Und dann gehen wir mal zu dem Tag hin. So, und was passiert denn hier? Das Kräfteverhältnis scheint sehr zu unseren Gunsten zu sein, obwohl es sind wieder 3,6... Ach nee, das ist die Bevölkerung der Stadt. Ich habe erst gedacht, das ist die Prozentzahl der Bevölkerung der Stadt, die auf der Straße sind. Aber nein. Das habe ich missverstanden. Okay. Dann braucht man sich nur auf das hier konzentrieren. Wie sieht es denn in der Stadt aus? So, das sind die, ähm... Die Demonstranten oder Protestanten oder was weiß ich. Und da sind unsere Leute. Damit sind sie eigentlich eingekesselt. Aber die sind an jedem Platz. Die sind trotzdem überall hingekommen. Hm. Okay. So. Dann müssten wir ja... Diese Nachrichten müssten wir kennen. Der Nationalplatz. Ja, ja. Genau, das kennen wir soweit. Äh, ja. Das haben wir auch schon gelesen. Das haben wir schon gelesen. Und genau. Wir sind wieder kaum beachtet worden. Und da ist unsere Durchsage. Aber der dürfte das ja schon gesagt haben. Ich klicke das mal weg. Ich glaube, das kennen wir schon. Und, äh, genau. Und da sind es aber trotzdem schon die Ersten, die wieder abhauen. Mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Jetzt haben wir wieder ein paar Lobhymnen, sozusagen. Die können wir wieder wegklicken. Die kennen wir ja auch schon. So. Ähm. Wie gesagt, auch wieder das Gleiche. Aber diese Nachricht kennen wir noch nicht. Gute Absichten. Ihre jüngsten Maßnahmen bewegen uns dazu, die Aufstände in Berlin einzustellen. Denn wir werden es uns überlegen. Oh, das klingt ja gut. Dann kriegen wir das tatsächlich in den Griff, oder wie? Oh. Okay. Wäre interessant, wenn das so einfach ist. Die vorausschauende Analysen, verbunden mit dem Brown-Modell über gruppenpsychologische Tektonik, haben es uns erlaubt, einen potenziellen Verbündeten auszumachen. In dem Fall eine Terrorgruppe, die wir bereits kennengelernt haben. Die Benutzung dieser Organisation würde uns erlauben, aller Wahrscheinlichkeit nach, die Heftigkeit jeder Destabilisierungsaktion auf 5,6 zu steigern. In einer non-engagierten Rationalen. Möchten Sie, dass wir ein diskretes Meeting mit dem Chef der Organisation vereinbaren? Was die Terrorismuspolitik oder die Geheimdienstpolitik angeht, habe ich eigentlich nicht so ein Interesse, mich da in andere Länder einzumischen. Deswegen würde ich eher sagen, nein, ich wollte eigentlich mich um das eigene Land kümmern. Mal gucken, wir haben da ja noch gar nicht reingeschaut. Wir haben drei, nee vier, was? Fünf? Fünf. Fünf terroristische Organisationen in unserem Land. Und da müssten wir jetzt Leute reinschaffen, ein Fädeln, die das in den Griff bekommen. Da könnten wir mal hier ein bisschen Geld reinpumpen. Wie viel dürfte das denn kosten, wenn wir in alles investieren würden? Auch wieder ganz schön Geld. Hm. Ich meine, politische Spionage brauchen wir keine. Militärische Spionage brauchen wir auch keine. Finde ich zumindest nicht nötig. Industrie-Spionage wäre vielleicht interessant. Wäre ich aber auch nicht. Ich würde eher mich auf diese Sachen hier konzentrieren. Weil die ja wirklich uns direkt betreffen. Da geht es ja eher um Abwehr. Und das ist ja eher so das Offensive, würde ich mal behaupten. Deswegen würde ich mal sagen, eine defensive Terrorismuspolitik. Oder Geheimdienstpolitik. Und dann würde ich das auch noch wieder runden, weil ich so gerne runde. Und genau. Ich hoffe, das ist jetzt nicht teuer. Und dann schleusen wir da überall Leute ein. Können wir einen V-Mann reinschicken. Und dann können wir die von innen sozusagen zerstören. Guck mal, da hat man auch einen Bekannten aus der Realität. Ja, mit dem man es jetzt auch hier in diesem Land zu tun hat. Wie man sehen kann. So. Da haben wir jetzt überall jemanden reingeschleust. Oder versuchen es zumindest. Und ich denke mal, damit kriegen wir das in den Griff. Und ansonsten, ja. Da hat der Chef des Vereins gesagt, dass sie sich eigentlich zurückziehen wollten. Mal gucken, ob das vielleicht bis morgen passiert. Äh, noch sehe ich in der Richtung gar nichts. Es sind eher sogar noch mehr geworden. Na toll. Unruhen in Berlin. Erste Zusammenstöße zwischen Ordnungskräften und den Demonstranten. Die Kämpfer haben bekommen. Wir haben zwar einige Verletzte in unseren Reihen. Zu Beklagen, doch unsere Männer nehmen vehement die ersten Verhaftungen vor. Die Unruhestifte werden zunächst im Polizeihauptquartier verhaftiert. Ich glaube, den Text hatten wir auch schon gehabt. Er hat doch gesagt, sie wollten sich zurückziehen. Oder habe ich da was missverstanden? Hier. Schon wieder. Das wird nicht gehen. Äh, das hat sie schon mal gesagt. Dann. Hier. Erste Aufstände in Berlin. Die Bewegung steht still. Offenbar haben den Protestanten von der Gemeinschaft der Türkei ihre politischen Gesten gefallen. Und sie haben beschlossen, es somit sein zu lassen. Okay. Es wäre schön, wenn man auch mal davon was sehen würde, dass das auch der Fall ist. Auseinandersetzung in Berlin. Panik in den Reihen von der Gemeinschaft der Türkei. Das sind Auflösungserscheinungen. Die Demonstranten, Karawallmacher und sonstigen Hooligans fliehen wie die Karnickel, beeindruckt von unseren Streitkräften. Und das wollten wir ja eigentlich erreichen. Ähm, aber ich merke davon noch nicht wirklich was. Ah, was ist das? Errungenschaft freigeschaltet. Laden. Ende der Aufstände in Berlin. Wir haben die Aufstandsbewegung in den Griff bekommen. Ab sofort streift kein subversives Element mehr durch die Stadt. Die Ordnung wurde wieder hergestellt und unsere Männer kehren wieder in ihre Quartiere zurück. Uh, dann bin ich beruhigt. Okay. Vielleicht muss man einfach nur sofort eingreifen, sonst eskaliert das. Anscheinend. Zumindest war das der Fall hier gerade. Ich habe zumindest den Eindruck von zwei verschiedenen Ereignissen bekommen. Beim ersten Mal ist es eskaliert, weil wir nichts getan haben und jetzt hat es anscheinend funktioniert. Aber vielleicht war ja auch einfach nur, weil es beim ersten Mal das Volk auf der Seite stand, also das war als Volk gekennzeichnet. Also haben wir gegen alle gekämpft. Und jetzt mit diesem Verein der türkischen Gemeinschaft haben wir also nur gegen einen Teil des Volkes gekämpft. Oder was heißt gekämpft? Ein Teil des Volkes hat nur einen Krawall gemacht. Und dann ging das vielleicht wieder leichter. Weiß ich auch nicht, ob das der Fall ist. Jetzt springen wir mal zu dem Punkt, was hier ist. Wir haben gerade erfahren, dass die Stadt nach der Entscheidung der Justiz zur Entlastung des beschuldigten Polizisten gewaltsamen Auseinandersetzungen ausgeliefert ist. Dieser Friedenswächter hatte einen jungen Straftäter mit seiner Dienstwaffe erschossen. Die Jury kam überein, dass es sich um rechtmäßige Notwehr gehandelt habe und dass das Leben des Polizisten in Gefahr gewesen sei. Die Angehörigen und darüber hinaus auch die Bevölkerung des Wohnviertels, in dem der Jugendliche wohnte, sind von diesem Urteil äußerst schockiert. Dies sind nun offensichtlich die Konsequenzen. Das darf doch nicht wahr sein, jetzt ist das schon wieder passiert. Also das ist ein bisschen zu viel, finde ich jetzt. Ich meine, wir können ja auch nichts dafür und nichts dagegen, oder? Bis sowas passiert. Gut, machen wir wieder das gleiche, obwohl Fernsehauffritt vielleicht jetzt nicht so gut gewesen wäre. Aber gut, das habe ich jetzt geklickt. Und dann zeigen wir wieder sofort Präsenz und mal gucken, vielleicht funktioniert es ja mal wieder. Ich hoffe, zumindest. Danke fürs Ertragen des Videos für heut. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, wo willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine, war der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.